Ich dachte sich mal Leute bringen die auf unserem Niveau spielen und dann hast aber jedes mal so an wenige Top-Teams. Ich dachte sich mal fragen wie viel Kakao-Becher du nehmen willst. Komm komm komm. Hurra hurra. Ich kann mal eben gewusst wie viele Sponsionen ich hatte, ich hab schon 6 oder 7 gehabt. Wow. Wow. Schön gemacht Baby. Ja gut gemacht. Nein, der hatte noch Wecker. Das Glück haben die noch, das Glück haben die noch. Und das will ich fahr dran vorbei. Natürlich. Nicht so lange an der Deck herum. Der sprang an Pfosten bei dem vor dem Auto. Und bei dem geht er dann aber weg. Ich bin nicht der Puck Leute, meine Fresse. Ich bin auch schön vorbeigeflogen. Mann. Ich hätte das Ding grad machen können, aber der rammt natürlich weg. Ja, das ist zum Kotzen gerade mit den solchen Leuten. Ja, du kriegst den natürlich noch weggespielt. Hast du rein, hätte ich hier nach vorne spülen können? Nein, der kriegt den mir vor der Nase mal weggenommen. Ja. 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 Komm! Nein! Das kann man niet man. Das kann man nu an machen. Natürlich nicht. Natürlich nicht! Okay... declar quindi nicht! Warum sollte der auch? Ja, wohl, danke schön. da muss ich jetzt mal ein bisschen kalkulieren aber es hat ja alles gute war oder der puck ist irgendwie drin komm jetzt wieso hat er den mitgenommen bekommt er weißt du kriegst unter der decke und er kommt hoch und holt sich den natürlich immer wieder weggekippt nervt gerade einfach schön jawohl da kommt keinem hinterher und warum hat mich das jetzt nicht gewundert wenn er den forsten land und wieder rausgesprungen wäre das wäre jetzt immer so typisch gewesen reinrollt auch der ist gott sei dank drin aber regelmäßig so eine kacke da ist klar schubst mich auch wieder weg ach gut schuldig aber mit dem weg da mein gott ja eigentor ich hätte sich besser versenken können ich wollte gerade rein machen da kommt von hinten du hast ja noch berührt und deswegen haben wir so unkontrolliert aber ist egal ich weiß drauf die haben einen dünchen hast gegen mich älter von europäern nein ich soll nicht gut ist nicht also daneben ich hätte getroffen ich bin wieder daneben aber sei gedränge der geht auch noch ein pass auf das spiel gewonnen wieder aufstieg zu silber 3 vielleicht kriegen wir kämpfen hat zu silber 3 ja das wäre schön aber wie gesagt mit an du bin ich da unten das sind alles selber spieler und das sind die entwärtig aufgeregt hast ich bin schon aufgeregt da habe ich ja wochen wir gerade so einzeldinger nur weil ich zwei voll zwei spiele kipp machen ja gleich wieder und natürlich geht da wieder direkt aufs tor ja klar ja wie es war der stadt so stadt er mit dem nicht weg und dann holt er sich macht das nach der runde muss ich überhaupt gut auf klo ja nach der runde kann man ja mal eine kurze pause ja natürlich natürlich der kommt unkontrolliert von der decke er kriegt natürlich genauso gespielt dass er ins tor geht ist ja klar so dass ich gerade noch ein bisschen tier weg sei das war glaube ich auch eine scheiß fernse ja das ist ein getötet das ist ein getötet hat das den mann von jeder maler weg jetzt endlich jetzt mit gewalt gibt es auch alle weg ist es meins mein tor ich kann aber auch nicht da jetzt keine position ja ich weiß auch nicht wo ich da gerade unterwegs aber guck dir das mal an egal wie die spielen die kriegen irgendwo genau vorstor gesetzt soll auch irgendwer natürlich nur der gegner natürlichen letzten kommt noch ja 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 ich bin dann noch dazwischen der fällt mir aber auch genau zurück ja das ist typisch das ist typisch der feld von posten kann ich machen nach spaß versucht denn da irgendwie daraus zu holen das ist es ist sinnlos ich verstehe auch nicht wie die das machen der ball der der ball sage ich der puck fliegt irgendwo an der wand und an der deck rum und die kriegen den immer genau so getroffen dass der in richtung richtung tor geht ja klar ich nicht aber regelmäßig unter der unter der decke gehen wir da weg jetzt dass mich in ruhe mein gott verschwinde doch mal du drecksack halter du kannst dich dazu 20 vorstellen der punkt fällt immer denen vor die nase ja hier der müsste eigentlich zurückpreisen warum preise aber mich drüber aber das ist das für die physik hier in den dingen das ist das läuft hat regelmäßig so man wie gesagt wir sitzen wir gerade extrem schlecht aber auch nichts gebacken bekommen weil trotzdem ist das regelmäßig so ja auch wieder wir wollen den klären der springen vom baby zurück aus vor dem er nicht offen müsse damit dass man hat noch vorne kommen natürlich natürlich nicht aber warum kriegst du was auch so zu profis ja also matchmaking in dem spiel ist ja aber das hat regelmäßig das sind hundertprozentig alles platin via platin was auch immer spiele champions spieler also spielt keinen anfänger ja auch ohne probleme das war da kommt ja noch irgendwas dazwischen und weder ein ich mache da noch feierabend ich habe keine lust mehr also mir fällt jetzt gehört einfach die motivation irgendwo weiter zu machen ein Da will ich mal einen Torschuss machen, sind 50 Wagen vor der Nase. Ja, komm, du kriegst nicht mehr die Vorlage. Ja, komm, das spielt. Guck mal, jetzt fangen sie an mit uns zu spielen. Natürlich geht der nicht rein. Ich stehe auf der Lidi, ich drücke den Willen rüber drücken, er kommt doch rein. Ich stehe auf der Lidi. Dann nennen sie uns auch noch Noobs, ey, ne? Ja, das wäre jetzt nicht egal. Mir fehlt die... Ich kann doch nicht mehr für die Mutti. So eine Rotze muss ich mir die ganze Zeit geben, schon seit... keine Ahnung. Also zurück zum Hauptminüt erstmal, ne? Ja, ja. Puh, dann bin ich gleich wieder dran. Ja. Ja. Ja.